Musik Die Sprache unserer kleinen Kinder zu verstehen ist einfach. Am heißt, ich habe Hunger. Dodo heißt Bär, Schuh oder Mond. Der Blick ihrer Augen soll sagen, du, ich mag dich. Und wenn es uns Erwachsenen eines Tages gelingen könnte, die Welt durch die Augen unserer Kinder zu sehen, gäbe es keinen Neid, keinen Hass, keine Missgunst und keine Kriege mehr. Ich lade euch ein auf die Reise durch die Welt der Augen meiner Tochter. Um, um, um. Um, um. Um, um. Um, um. 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 Untertitelung des ZDF, 2020